weil dazu aber wenigstens hat die lobby diesmal nicht leer profile name wow kreativ ich habe das gefühl dass wir cheater dabei haben ich habe es bitte 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 können sie einfach jemand wahnsinnig kreativ sein aber meistens wenn du halt irgendwie so ein account aufsetzt der irgendwie so problem nehmen oder so heißt dann ist das meistens ein cheater zumindest meiner natürlich 100 prozent korrekten garantierten erfahrungen nach von daher schwierig mag ich die map keine erinnerung aber der fakt dass meine ding so offen ist meine sex totem das wahrscheinlich die ruhe in ist gefällt mir überhaupt nicht auch 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 Das ist auch eine Mission. Komm. Ach shit. Ah das war Ruin. Ah come on. Ah. 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 Ich fühle mich gar nicht. Okay, das ist der... Ey, ich habe zwei Stecks auf der Bar, hope, nice. Oh, come on. 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 da hast du gefützt ist das macht so viele tatsachen leuchte da kann ich dahin nie im leben oder aber ich habe fast die stacks voll auf die bauerhaub das bringt mir doch gar nichts mehr wenn ich keine chance mehr habe ich habe nichts gehört wollte gerade sagen runter ich bin vollidiot die bauerhaub drei stacks natürlich die sind exposed oh danke 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 oh sensiert ich bin aufgestanden ok wow nein sie haben die bauer gefunden oh come on ja nicht dass großartig was ändern würde aber oh 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 come on oh 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 Na durch. Die einfach abhaut. Wow. Nee. Nee. Das Glück kannst du auch noch haben, ne? Immerhin ein Sacrifice am Ende geben, aber es war kein Cheater. Einfach nur jemand, der sehr kreativ war bei der Namensvergabe. Okay. Hat er eine Taschenlampe am Ende? Hat er deswegen... Okay. Drei von vier, ah man. Aber immerhin ein von zwei. Dann müssen wir doch mal ran mit der Hack. Aber es war gut. Jo. Schade, dass wir überhaupt gefunden haben. Das war so... Ein bisschen der Killing Point. Dass ich den zweiten zum Hook tragen musste. Naja.